So, wir haben jetzt 550 Meter in den Startrollen. Wir haben einen Dicker mit 210 cm, also das hat nicht manches Moped unter der Haube, ne. Wenn die Mopedfahrer jetzt richtig heilig... Das Modell hat eine Spannleite von 3,65 Meter und hat einen... ...und zu hoch. Aber die nimmt noch wieder Wind, jetzt drückt. Ja, das ist schon unglaublich. Das war kein ganz einfacher Wind, sondern dadurch die toleran zu drücken. Und hier sieht man natürlich ganz deutlich, so wie ein Rückzugmaschinen, die Gäste, die hat überhaupt kein Eigenleben. Aber die liegt wirklich wie das sprichwörtliche Brett in der Luft. Ja, das ist auch wichtig, so sind die Profile, die wir gewählt, so dass das, was du sein darfst, das da zuhören, wenn ich was das tun soll möchte. Und das, was wir jetzt sehen, ist ein sogenannter Turm mit einem Rollarplatz. Wir werden mal jetzt so ein bisschen den Kunstflug dokumentieren, für uns Christi, damit zu sehen, dass da jetzt für Ritore geflogen werden. Das sieht dann am Looping aus. Ja, super! Ein Looping. Aber sehr schön, Bucke, wie du schon gesagt hast, durch diesen Smoker, da sieht man mal, wie der Wind gegen diese Maschine drückt. Das müssen die Piloten natürlich alles mit einberechnen. Jetzt sehen wir eine gerissene Rolle. Im Looping, nein, es wird eine 8. Der Rückflug. Ja. Sehr schön zu sehen, ja. Und deswegen fliegt man eben solche Figuren auch mit dem Smoker, wir die Gäste. Da kann man dann eben schön erkennen, was das für eine Flugfigur werden soll. Eine Rolle mit Absprung. Das ist natürlich die hohe Kunst. Wir hatten gestern so eine Maschine, ein Zack, bei diesem Wind wie an der Schnur geflogen, gerade auszusteuern. Ja, genau. Lass uns mal gucken, wir haben uns über die Phase geredet, und wir schauen, wie weit so ein Modell auch weg geht. Ja, gerade so ein großes Modell. So, wir helfen da an, wenn man jetzt auch jetzt einfach mal die Maschine drudeln, dringt. Drämmel, 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 und dann drämmel, 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 und dann wieder zack, wir haben noch ein, was wir sehen. Zack, du bist das so. Genau, drämmel. Also, die röntgen, die röntgen, die röntgen, und das ist so ein Modell. Ja, genau. Ich würde mal jeden mal einer die Fragen stellen von unseren Zuschauern. Wie weit ist denn überhaupt die Reichweite von so einer Führunganlage? Mittlerweile haben wir, ähm, diese Modelle, die röntgen, die röntgen, die röntgen, alles und die röntgen. Und da haben wir mit der Röntgen, die röntgen Klage, die röntgen und die röntgen Klage. die dachgen Klage von Norden lest, weil es einfach, weil wir an den linken, die großen Modelle sind. Und mittlerweile kann man diese Modelle jetzt ja einfach wegkriegen lassen. Das war früher als wir noch 35 Ligaherz-Infroben sind. Da hatten wir 3 mal eine Einweite von 1.000, 1.200 Meter. Aber dadurch haben wir die Verkämpfung von 2,4 Ligaherz- und Kunstanlauf, genau wie es oder die Handys erlauben ist und das die hohe größere SELF-Infragung. Die Entwicklung der Kunstabführung ist ja auch wahnsinnig. Da hatten wir Tippanlagen, einmal mit Pro-X, einmal mit Pro-X und einmal mit Pro-X. Und einmal mit Pro-X, einmal mit Pro-X und einmal mit Pro-X. Was uns daran wurde, dass du es so ganz alt ist oder man sein hat sich überlegt. So, jetzt kommt der Thomas ein. Genau. Wie geht es in den Queranflug? Die Maschine schön langsam machen. Ausrichtung aus dem Landebahn. Fahrträuse dir helfen. Ein Schleppgas hängen. Und alles sehr gut aus. Sehr schön. Man sagt es auch wieder. Da sitzt du. Perfekt, der Landebahn. So, danke. Danke. Danke, Bernd. Für die schöne Zufelsmaschine, die du da gebaut hast. Ja, die sind schon ein paar Jahre. Du weißt nicht wie lange. Thomas, wie lange hat die Maschine? Z. 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 Z.